So, wir sind jetzt hier in Luxor, vor dem Tempel von der Königin Hatschitzhut. Und ja, wenn ihr ankommt, ihr kommt mit dem Reisebus, kommt ihr hier hinten an. Hier, bevor man durch diesen Bazar geht, da vorne stehen, also hinter diesem Durchgang stehen die Busse. Dann läuft man durch diesen Bazar durch, bekommt seine Eintrittskarte und dann fährt man mit diesen kleinen Bähnchen hier, fährt man dann zu der Tempelanlage. Wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf gefällt mir für Reisebürofeller drücken und dann seht ihr weitere Videos von uns. Und jetzt zeige ich euch dann gleich den Tempel der Königin Hatschitzhut.